So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Gerade eben haben wir noch gestreamt Dialga Raids für Zuschauer. Shiny Dialga Raids für Zuschauer. Und mitten im Stream, ca. 22 Uhr, wurde der August-News-Kalender veröffentlicht. Die ganze Zeit wurde ja immer gerätselt, wie geht's weiter im August mit den Raids. Alle haben gesagt, die Galavögel kommen. Jetzt sind die Galavögel ja theoretisch im Rauch released worden. In dem Abenteuerrauch, den manche schon haben, manche noch nicht. Die übelst schwer zu fangen sind. Eine richtig hohe Fluchtrate haben und alles. Und ich habe immer gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es im August weitergeht mit Palkia, mit Giratina vielleicht so. Dass die das halt weiterführen und vielleicht irgendwas mit den Hisui-Formen noch von Dialga und Palkia kommen. Mit den Hisui-Formen haben wir jetzt nichts am Hut. Obwohl ja noch ein Hisui-Event kommt. Aber, da momentan Dialga da ist, geht es mit Palkia weiter. Hey, wenigstens das hat gestimmt. Content im August. Müssen wir nämlich jetzt vorlesen hier. Pokémon Go Fest, Sapporo und Abschluss-Event zum Pokémon Go Fest 22. Rückkehr von Sakyan und Samazenta in Raid-Kämpfe. Bei der Überschrift habe ich mich eben richtig gefreut und gesagt, yes, Sakyan habe ich als Hunderter. Ich brauche nur noch ein paar XL. Und dann kann ich mich auf Summer Sender konzentrieren und das als Hunderter jagen. Und da hast du ja richtig Bock, jetzt schon was zu machen. Und wenn die noch als Shiny eingeführt werden, ist das doch das Beste, was du haben kannst. Käfer-Krabbel-Event, vieles mehr, alles im August. Jetzt sind viele im Stream aber schon mega enttäuscht gewesen vom August, denn, okay, wir haben das Pokémon Go Fest in Sapporo. Da werden die wenigsten von euch dran teilnehmen oder hinfahren oder was machen. Da wird auf jeden Fall Voltriant released, die Ultra-Bestie. Die ist auf jeden Fall sehr cool, okay. Tickets gibt es wahrscheinlich immer noch, ist aber für uns an sich weniger interessant. Ich bin mal gespannt, ob die deutschen Pokémon Go YouTuber, die Niantic-Partner sind, jetzt auch noch nach Sapporo geschickt werden. Da, ja, wohl, Sabrina und Chaos Lady in Seattle waren, von Niantic eingeladen wurden, da mit Hotelflug, alles drum und dran. Ich bin kein Niantic-Partner, ich habe sowas nicht. Ich saß zu Hause. Also, bin ich mal gespannt, ob das bei Sapporo auch so wird. Dann habt ihr vielleicht von dort ein paar Einblicke. Ansonsten gibt es natürlich viele Leute, die von dort irgendwas zeigen. Die ganzen Amis sind sowieso wieder am Start, also bei denen hin und her. Wird auf jeden Fall noch ein großes Thema werden. Pokémon Go Fest Sapporo, Freitag, 5. August bis Sonntag, den 7. August in Sapporo. Japan erkundet die Stadt und den Nakayama Park-Tickets sind noch erhältlich. Und dann das Abschluss-Event am 27. August, da weiß ja auch noch keiner. Was da genau ist. Aber trotzdem nochmal weltweit und nochmal für alle. Wer kein Ticket hatte fürs Go Fest, kann sich für dieses Event dann ein Ticket holen. Nur für das Event, ich glaube für 10 Euro. Wer ein Ticket fürs Go Fest hatte, hat das Ticket für das Abschluss-Event schon mit drin. Ich habe keine Ahnung, was da kommt, aber eigentlich muss es was mega Brutales, Großes, Heftiges sein. Denn bisher gab es noch nie sowas. Es gab jedes Mal ein Go Fest, aber noch nie so ein heftiges Abschluss-Event. Community Day im August, wissen wir ja schon. Am 13. August, Community Day mit dem Kleindachs-Pokémon, Gala-Sick-Zacks. Da haben wir auch schon ein extra Video drüber gemacht. Ist ein cooles Shiny, ist ein cooles Pokémon. Sind drei Shinies, drei Pokémon, ist gut für GBL, wird oft genutzt. Kann man natürlich zocken, jeden Community Day sollte man zocken, egal welches Pokémon da ist. Macht das einfach zum Zusammenspielen mit anderen. Bevor stehen die Events. Käfer-Krabbelei, das findet ja auch theoretisch jedes Jahr statt. Käfer-Krabbelei, eklig und krabbelig oder süß und knuddelig. Das zu entscheiden liegt ganz bei euch, wenn unser Event rund um Käfer-Pokémon von Mittwoch, den 10. August, bis Dienstag, den 16. August, zurückkehrt. Schreibt es euch wieder in den Kalender. Nehmt das, wie ich es immer gemacht habe. Beschreibt euch wenigstens die Anfangsdaten rein, wann welches Event wie wo losgeht, wann welcher Raid-Boss-Wechsel ist, wann welche Spotlight-Stunde. Und es wird noch ein Event geben zu den Pokémon World Championships. Pokémon Go ist im Jahr 2022 zum allerersten Mal Teil der Pokémon World Championships. Zu diesem Anlass findet von Donnerstag, den 18. August, bis Dienstag, den 23. August, noch ein In-Game-Event statt. So. Wir, das lassen wir mal weg, konzentrieren uns jetzt auf die Pokémon in den Raid-Kämpfen, was also wichtig ist, denn... Die Yalga wird bis Sonntag, den 31. Juli, noch da sein, wird dann wechseln. Ich finde das ein total komischer Zeitpunkt zum Wechseln. Sonntag, 31. Juli. Wann hat denn am Sonntag schon mal ein Raid-Boss gewechselt, gefühlt? Aber die Yalga wird gehen. Palkia wird zurückkommen, wird das erstmal ablösen. Palkia kann auch Shiny sein. Palkia war ja bisher schon mehrmals da, wurde beim letzten Mal schon als Shiny eingeführt. Ist wie die Yalga trotzdem eigentlich ein gutes Pokémon, könnte man sagen. Ist ein guter Drachenangreifer, vielleicht nicht der beste. Trotzdem aber gut, in GBL sehe ich es jetzt nicht. Die Yalga sehe ich in GBL, Palkia sehe ich nicht in GBL. Ansonsten für Raids oder als Pokémon einfach mal zum Draufknüppeln. Wenn ihr das Shiny noch nicht habt, werdet ihr sicherlich da Raids machen. 31. Juli bis Mittwoch, 10. August. Dann wird wieder am Mittwoch gewechselt. 10. August bis Donnerstag, 18. August, kommt Genesekt. Hier sind Fragezeichen dran. Wir haben verschiedene Module von Genesekt schon. Wir haben aber noch nicht alle Module. Es wird also sicherlich ein neues Genesekt sein, mit einem Modul, was wir noch nicht hatten. Was aber genauso aussieht, wie alle anderen Genesek, die wir davor schon hatten. Und da es eben ein neues ist, wird es wohl nicht als Shiny kommen. Sie hätten ja ein bestehendes Modul zurückbringen können und mit Shiny einführen. Dann hättet ihr die Möglichkeit auf ein Genesekt. Ein mysteriöses Pokémon mit einer super knallig roten Farbe, was als Shiny richtig stark aussieht. So habt ihr dann ein Genesekt, was nicht Shiny sein kann und für viele auch einfach nur ein Pokédex-Eintrag ist. Man kann das ja auch nicht tauschen, da es mysteriös ist. Vom Donnerstag, den 18. August bis Mittwoch, den 31. August, kommen Sakyan und Samazenta. Und wie ich sehe, sind die ja beide gleichzeitig da. Das finde ich natürlich wieder total doof, denn gerade wenn wir die Raid-Stunde spielen, die Raid-Mania machen, ist es immer schön, wenn ein Pokémon da ist und dazu wird eingeladen. Und so sind zwei Pokémon da. Der eine lädt für das ein, der andere für das. Du weißt gar nicht, wie, wo, was. Dann bevorzugst du eins. Wie gesagt, Sakyan, habe ich schon das 100er? Brauche ich nur noch ein paar XL, dann ist das auf 50. Dann muss ich davon eigentlich nicht mehr machen. Ich würde mich halt so auf Samazenta konzentrieren, meine Raid-Pässe dafür eigentlich ausgeben, weil ich da noch ganz viele XL brauche. Und eben auch noch das 100er. Wird also bei der Raid-Mania wohl darauf hinauslaufen, dass ich vermehrt Samazenta-Raids mache. Raids für Zuschauer muss man mal gucken. Palkia werden wir anbieten. Genesekt findet irgendwann auch mal seinen Platz. Und hier Sakyan, Samazenta, vielleicht kann man sagen, einmal Samstag das, einmal Sonntag das. Und dann getauscht oder in der Woche einmal das, einmal das. Wird auf jeden Fall wieder kompliziert. Aber wir haben natürlich auch noch Mega-Raids. Denn, wenn Palkia zurückkommt, kommt gleichzeitig auch Mega-Rex-Blizzard wieder in die Raids. Braucht ihr das noch? Braucht ihr das nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Kann natürlich shiny sein. Jeder Mega-Raid-Boss, der bisher da war und da reinkam, konnte dann immer shiny sein. Ihr fangt ja eh die geschrumpfte Version. Sakyan, Samazenta stehen auch nicht als shiny da. Also eigentlich müsst ihr da nicht viel raiden. Genesekt auch nicht viel raiden. Und das Interessanteste wäre wohl Palkia. Aber hier muss was Neues dabei sein. Denn wenn Genesekt zurückkommt in der Käfer-Krabbelei beim Käfer-Event, wo auch Genesekt ist, gibt es auch einen neuen Mega-Raid-Boss. Ich hätte gar keine Ahnung gehabt, was jetzt da drin sein könnte. Aber der Chat ist schlau. Der Chat hat gerade gesagt, der Tipp liegt auf Xerox. Mega-Sherox in der Käfer-Krabbelei als neues Mega-Pokémon. Klingt eigentlich gut, klingt vernünftig. Dann hätte man neben Genesekt was, was man auch noch anbieten und raiden könnte. Und vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringen. Also, solange die Genesekt da ist, ist dann also auch dieses neue Mega-Pokémon da. Donnerstag dann 18. August bis Donnerstag 25. August kommt Mega-Lamus. Wer da noch Energie braucht. Und vom 25. August bis 31. August Mega-Ampharos. Ich bin durch mit allen. Ich bräuchte eigentlich nur das Neue. Raid-Stunden habt ihr dann hier. Mittwoch, 3. August Palkia. Leider hat Genesekt sogar zwei Raid-Stunden. Finde ich richtig doof. Mittwoch, 24. August Sackjahn-Raid-Stunde. Und Mittwoch, 31. August Summer Sender. Okay, dann sind die doch nicht... Die sind beide gleichzeitig da. Aber die Raid-Stunden werden getrennt, sodass einmal wirklich nur das kommt und einmal nur das. Klingt eigentlich trotzdem fair. Finde ich okay. Aber ist doof, dass außerhalb der Raid-Stunde beide da sind. Und wenn du einen Raid machen willst, du vorher einfach nicht weißt, was schlüpft da denn jetzt. Das ist natürlich wieder ärgerlich. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Also, ihr werdet sicherlich Palkia ganz viel raiden. Den Rest kann man eigentlich ruhig angehen lassen. Denn das wird alles irgendwann als Shiny nochmal eingeführt werden. Pokémon vom Feldforschungsdurchbruch wird Galaflunschlik sein, was es ja auch als Shiny gibt. Wer das noch nicht hat, nutzt die Chance. Ist an sich eigentlich ein cooles Pokémon. Ist auch GBL-relevant. Wer noch keinen Shiny hat, freut sich. Wer noch ein paar Bonbons braucht, wer noch ein gutes braucht oder ein schlechtes, damit es GBL-relevant ist, was weiß ich. Guckt mal rein. Gab schon schlimmere Feldforschungsdurchbrüche. Und wir haben natürlich noch die Pokémon-Rampenlichtstunden. 2.9.16.23. und 30. August. Angefangen mit Hisui Voltobal. Doppeltfang Staub. Das kann nicht Shiny sein, aber gibt Staub. Guter Bonus. Komisches Pokémon. Dann 9. August Nidoran. Weiblich mit Doppeltfang EP. Wer noch EP braucht, kann Shiny sein. 16. August Watzapf. Mit Doppeltfang Bonbons. Nicht Shiny. 23. August Nidoran männlich. Mit Doppeltverschickt Bonbons. Shiny. 30. August. Dusselgur. Doppeltentwicklungsep. Shiny. Rein vom Pokémon und Bonus her gesehen, finde ich wahrscheinlich trotzdem Hisui Voltobal cool als Pokémon mit dem Staub dazu, den es gibt als die interessanteste Rampenlichtstunde. Hier steht noch was mit Sprachauswahl, dann ist das Ding ja auch vorbei. Also August für viele sehr enttäuschend. Viele freuen sich trotzdem aber, weil sie Sakjan Samazenda cool finden. Sakjan ist in der GBL trotzdem eigentlich mega nützlich, gerade in der Meisterliga. Wir freuen uns auf den neuen Mega-Raid-Boss. Und Palkia wird trotzdem erstmal viele Leute erfreuen. Was sind eure Favoriten? Worauf freut ihr euch am meisten im August? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.